Unter dieser Krankheit leiden Stars wie Sarah Connor, Michelle Obama, Selena Gomez oder auch Vincent Weiss. In 50% der Fälle taucht die Krankheit vor dem 31. Lebensjahr auf. Patienten sagen, dass vieles, was denen sonst Spaß macht, kein Spaß mehr macht. Und dass sie deutlich weniger Energie haben als zuvor. Und das über mindestens zwei Wochen. Die drei größten Leitsymptome sind gedrückte Stimmung, ein Interessensverlust und ein Antriebsverlust. Es gibt aber viele Zusatzsymptome, wie Verlust an Selbstvertrauen, unbegründete Selbstvorwürfe, Appetitverlust, aber man kann auch mehr Hunger haben. Diese Krankheit taucht oft mit anderen Krankheiten auf, psychische, aber auch körperliche. Häufig wird die Krankheit gar nicht bemerkt. Die Krankheit selbst erhöht sogar das Risiko für andere Krankheiten. Für die Therapie gibt es Medikamente, die aber auch im Rahmen von einem therapeutischen Gesamtkonzept gegeben werden sollen, weil nur die Medikamente heilen die Krankheit oft nicht. Weißt du, welche Krankheit wir meinen?